Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Und nach Fallout 6 und 7 und 1 Tagen bin ich echt froh, dass sie in diesem Spiel keine Gewichtsprobleme haben die ganze Zeit. Ich habe es gerade mit Brüllen hören, ich glaube hier wäre der Riese nach unten und wieder gespawnt. Aber ich glaube das lassen wir jetzt mal vorerst sein. Wir haben den Schiss besiegen. So, ok. Ähm... Gottisten... Haben schon einen wieder aufgedeckt? Nein, das ist jetzt nicht, ok. Fähigkeiten... Speer reicht immer noch für eine Verbesserung. Gut, dann würde ich sagen, geh mit uns auf dem Schiff. Und das liegt immer hier vor Anker. Und dann fahren wir mit ihm in den Norden. Und ziehen uns da ein bisschen um, was wir da so alles finden können. Na ja... Gleich zu Beginn den Laser-Screen. Das macht doch echt Laune, oder? Wäre doch langweilig. Wir werden alles immer nur... ...nach sie stehen laufen würden. So, jetzt geht's los. Okay, dann gehen wir mal Richtung dieser Start, würde ich sagen. Alle Seeleute an Bord! Gib den Kurs vor, Kapitän! Ja gut! So, dann verrigst! Auf den Ort Weihen rücken Faith! Sie haben hier doch Gesicht gehalten, oder? Da ist ja tot ausschauen! Die hat der Pakir gesehen. Schauen wir uns mal die Insel an. Ja, genau. So. Schauen wir uns mal genau an. Das sieht aus wie Triton. Oder wie sonst Neptun. Oder wie auch immer der König heißt da im Meer. Neptun war es, glaube ich. Ich schätze, hier hat es aber auch Wachen. Wann nicht so viel? Sind das denn Traubtiere? Ja. 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 Ok, ich muss kurz ausschauen. Moment. Ich hoffe die ganze Zeit das Spiel wieder zu eliminieren. Oder rauszukriegen. So, er ist tot. Ich darf nicht hochkommen, verdammt. So, er ist tot. So, er ist tot. So, er ist tot. Ähm. So, tschüss. Okay, da ist ein bisschen eine andere Reaktion, die ich gedacht habe eigentlich. Der ist tot. Okay, ich muss leider looten. Okay, ich kriege bloß fast die stärksten als ich bin. Ja, anscheinend ist hier nichts mehr. Map, den hätte mir... Oh, den... Reinstoß hätte mir... So, ich kann nicht... Ja. Ich kann nicht schneller als ich so ein Camp bin. Ja. Jetzt hat's gespeichert, sollte er gehen. Ja, jetzt geht's auch. Irgendwann gespeichert hat man nämlich ein Camp oder etwas verlassen. Und dadurch ist dann abgespeichert, dass man eigentlich safe ist. Im Speichern kann man dann auch wieder handeln tätigen, die sonst gesperrt sind. Okay. Okay. Willkommen zurück. Wohin segeln wir? So. Gehen wir mal die Zwiebahn zum nächsten Festland. Das sieht merkwürdig aus, wenn ich das sagen darf. Was ist das für ein Licht da vorne? Ist das ein Lager? Sollte mich darauf zusteuern. Wir versuchen es mal. Okay. Insel gerade freigeben. Ah, da kann man... Da kann man... Da kann man anlegen. Gute anlegen. So. Okay. Okay. Da kann man halt. Okay. 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 Wir sind tatsächlich am Ort, wo es zu stark für uns ist langsam. Ähm. 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 Oh, das ist ja doof jetzt aber. Können wir uns hier noch importen? Okay. Okay. Komm zurück. Schauen wir mal ob ich da hinkomme. Wenigstens einen Speichelbund auf der Insel zu haben. Mach euch bereit zum Ablegen. Wir sind bereit, wenn du es bist. Wir sind bereit, wenn du es bist. Ähm. 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 Zu einem besseren Konstellationspunkt zu kommen. Damit wir die Insel speichern können. Irgendwie da noch keine Chance haben, weil sie zu stark sind. So. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Tiere hin. Bis hier. Dann bin ich da schon noch sehr weit eigentlich. Ähm. Ich habe sie schon gesehen. Wir müssen da hoch und einfach. Wir müssen da hoch und einfach. Anscheinend. Es sind keine Tiere hier. Versteine Insel Landes. Ah. Fisch in Liebe. So. Kleiden wir an den Berg hoch. Da oben ist der Punkt. Einfach da hoch kommen jetzt. Das ist unser einziges Ziel. Jetzt bin ich wieder mal froh, dass eigentlich die Gegend so tot ist, dass hier keine Tiere rumlaufen. Guck mal, Chios. Kann sein, dass es gute P gibt, weil wir halt am Ort sind, wo wir eigentlich eigentlich hin dürften. Hast du das Gefühl? So. Sehr schön. Den Ort haben wir hier. Ja. Da sind wir tatsächlich mal falsch abgebrochen. Da mit dem Level her. Aber wir kommen zurück, wenn wir ein bisschen stärker sind. Oh. 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 Das ist jetzt echt einmal eine Herausforderung. Wie jetzt bin ich schon lange nicht auf der Ort gekommen, wo ich nicht durch kann oder darf. Okay, wisst ihr was, ich mach das jetzt das Mal zu oben. Gehen sie hier rüber. Gehen sie mal da hin, weil da ... Komm ja noch durch und ziemlich noch nie durchgegangen. Vielleicht ist die Sparung inzwischen da schon mal durch. Ich hab keine Ahnung. Man kann auf so vieler Weise das Spiel bestreiten und durchspielen, aber wir werden es dann sehen. Möglicherweise auch mal der Hauptstory zu folgen, aber im Endeffekt keine Rolle, weil die Level-Sachen eh immer nachziehen. Ich kann die als Teuerung von 50 machen, rein theoretisch. So, ok. Jetzt warten eben. Mein Gott, der Wald ist ja ganz verdänkt, wie durchgewachsen der Wald hier war. Ich glaube, hier war dieser Jägerstamm unterwegs, oder? Ich weiß nicht, ich versuche mal mit dem Pferd durchzukommen. Ob es klappt und wir werden es dann sehen. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Oh oh. Ich habe Schrei gehört. Klasse ist die Passage, wenn man durchkommt. Ich bin bereits da mal den Weg entlang. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Vielleicht bei so einem Weg auch mal die Bären im Weg oder so. Vielleicht nicht bei dem Weg. Aber bei dem Ähnlichen. Die Bären ist ähnlich aufgebaut. Okay, Map. Ich habe das neue Ziel jetzt erreicht. Oh, Sümpfe. Mann. Aufsteigen. Kein, wasp? Ich war das für einen. Welches kommt. Kein, aber... Ich habe einen complimenten. Sehr gut. Ich habe einen Untertitel gemacht. Wettbewerb, bei einem Untertitel gemacht. Ja, siehst jemand auf uns! Ich steh' den Schiff! Ich geh' den Schiff! Bleib vorsichtig, dieser Schütze schießt fast nur zu sehen. Ja! Du, kein Schiff! So, das war's. Wer denn? Sind alle tot? Also Chrysanthe im Anschluss ist nicht so echte, in deiner Wahrnehmung arbeiten. Hat er getötet und Chrysanthe hat Angst, dass jemand sie bemerkt. So, Map... Das ist... Ich sag' nichts. Ja gut, was machen wir so? V... Vorreitung Gib' ich sie mir so an. So... Ich sag' ich... Was ist ein Holz? So... Jetzt rennen wir das mit ins Lager rein. Ich hab' noch eine Action zu sehen. So... Ich sag' ich... Ich sag' wir sind... Oh! Hier kommt er nicht weg da! So! Und zwar jetzt! Warte mal, ich kann dich erobern oder übernehmen. So, du musst jetzt nicht tot sein. Du musst eigentlich noch Leben zum Aufheben. Nee, der ist tot. Der ist tot, okay, gar nicht. Und unser Pferd dreht sich im Kreis. Kann ich nicht verbrennen auch? Hm. So, das sollte die Spartaner treffen. Okay, jetzt noch einer. Habe ich das? Okay. Ich weiß gar nicht, ob hier noch über die Kofka die rumlauen. Die sind doch gefährlich kommen könnten. Den könnte ich vielleicht noch ausschalten. Wenn er den Schukowka geben möchte, dann soll er auch gegen uns kämpfen. So, okay. Gehen wir mal zum Lager rüber. Wo der Schuft da steht. Okay, das ist noch etwas. Oh, was? Das sind noch Bären. Bären und Katzen. Na gut, lassen wir mal. Wo der Schuft da geht noch kurz da hin. Dann wäre die Fall dann schon wieder langsam zu Ende. 300 Meter. Ähm. Okay. Sieht doch eine legendäre Bestie aus, oder? Hm. Bzw. irgendwas ist hier. Aber was es kann sein, werden wir dann erst morgen sehen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Wenn Sie gefordert haben, lassen Sie mir einen Like da. Und bis morgen. Bye-bye. Ja, leider ist die heutige A-Session-Greed oder diese Folge schon wieder vorbei. Wenn ihr aber keine weitere Folge verpassen möchtet, schaltet unbedingt morgen wieder ein. Oder hinterlasst mir ein Abo. Oder schaltet einfach in ein anderes als Player ein, das hier gerade verlinkt ist. Bis dann und bye-bye. So, wie duや 60 aller Fall haben. Gssd. Untertitelung des ZDF, 2020